Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kickoff zu einer neuen Kaderplanung. Heute geht es weiter mit dem FC Schalke 04. Der Bundesliga-Absteiger hat sich an Liga 2 durchaus schwer getan nach dem Mega-Umbruch im letzten Sommer. Mittlerweile hat man sich gefangen, Tabellenvierter. Man ist gerade mal ein Punkt weg von Tabellenplatz 3. Trotzdem laufen natürlich die Planungen für die neue Saison zweigleisig. Entweder man steigt auf und hat vielleicht auch ein anderes Budget oder man bleibt in Liga 2 und kann vielleicht auch einige Leistungsträger nicht halten. Und genau darauf gucken wir heute. Wie sieht Schalkes Kader aus? Sollte man einen Videoaufstieg nicht packen? Welche Spieler gehen? Welche Spieler müssen vielleicht dann auf ein paar Positionen kommen? All das hier in der Kaderplanung für Schalke 04 im Falle des Zweigliga-Verbleibs. Und wie immer beginnen wir natürlich mit dem Blick auf die Torhüter. Das war natürlich nochmal ganz wichtig hier. Wir sind nicht im FIFA-Karriere-Modus. Sprich, Schalke hat auch dann, vor allem auch im Falle des Zweigliga-Verbleibs, noch mal weniger Geld als vielleicht aktuell ohnehin. Also, im Tor Martin Freisel, Ralf Fährmann und Michael Langer. Drei durchaus erfahrene Keeper. Ein gutes Torhüter-Trio, mit dem man in Liga 2 sicherlich gut aufgestellt ist. Martin Freisel ist die aktuelle Nummer 1. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dies auch bleibt, wenn man im Liga 2 bleibt. Sein Vertrag läuft ja aus. Ralf Fährmann hat noch einen langfristigen Vertrag. Ist natürlich nicht mehr gesetzt. Verdient auch eigentlich generell zu viel für Schalke. Er ist recht zu viel für die Nummer 2. Aber natürlich ist auch da die Frage, ist ein Abschnitt realistisch? Antwort nein. Und bei Michael Langer ist es halt eine Debatte. Er wird sicherlich auf Schalke bleiben. Die Frage ist nun, welche Rolle? Entweder er übernimmt irgendeinen Trainerjob und wird sich eben als Trainer weiterentwickeln dürfen nach seinem Karriereende. Oder er macht eben doch noch ein Jahr weiter und bleibt Nummer 3. Ich denke mal, die zwei Szenarien sind vorstellbar. Und ich glaube, vielleicht auch durch den Kreuzband-Riss, den er erlitten hat, wird er vielleicht seine Karriere beenden. Und dann wäre er eben der einzige Abgang. Und in der Liga 2 würde ich nämlich auch durchaus darauf vertrauen, dass er mit Martin Freisel, wie auch Ralf Fährmann, ein gutes Torhüter-Duo hat. Und mit Weinhardt dann eben auch möglicherweise eine Nummer 3 aus der knappen Spielehochzeit. Ein junges Torhüter-Talent. Ich denke mal, auch das wäre nicht so verkehrt. Gehen wir weiter auf die Position der Außenverteidiger. Dort sehen wir ja fünf Spieler zur Auswahl. Für rechts hinten Memo Aydin, Andreas Wintheim und Reinhold Ramftl. Für links hinten Kerem Echalanuglu und Thomas Ovejan. Das sieht nominell erstmal ganz gut aus, aber generell verfolgt der Schalke in diesem Jahr durchaus das Verletzungspech. Memo Aydin aktuell verletzt, Andreas Wintheim aktuell verletzt, Reinhold Ramftl nicht wirklich in Form und links hinten Thomas Ovejan aktuell verletzt. Natürlich ist das durchaus bitter und deswegen brauchte man auch die einzelnen Außenverteidigern. Man hat ja lange Zeit mit Dreierkette gespielt, sprich mit offensiv starken Außenverteidigern. Aktuell lässt Mike Böskens eine Viererkette spielen. Auch das ist natürlich eine große Frage, wie geht es da weiter? Und auch das ist ganz ansichtig für diese Kaderplanung. Es wird einen neuen Trainer geben ab Sommer. Natürlich kann man auch da nicht wirklich sagen, wer zwingend geht und wer zwingend bleibt. Aber bei manchen ist es trotzdem relativ klar. Ich gehe nämlich von zwei Abgängen aus, wenn man weiter in Zweite Bundesliga spielt. Und zwar von Reinhold Ramftl und Thomas Ovejan. Andreas Wintheim ist ja auch nur ausgeliehen. Da könnte man die Kaufoption ziehen. Das ist natürlich noch alles andere als sicher. Er müsste halt genauso weiter performen in den nächsten Spielen, wenn er wieder fit ist, wie bei seinem Debüt gegen Erzgebirge Aue. Wenn das der Fall ist, ist er sicherlich rechts erst einmal nicht zwingend wegzudenken. Memo Aydin hat ja erst verlängert, ist ganz lang mit eingeplant. Und auch aufgrund dessen wird es Reinhold Ramftl nicht zwingend einfacher haben. Er ist generell noch nicht angekommen. Vielleicht werden sich da die Wege im Sommer trennen. Bei Thomas Ovejan ist die Geschichte eigentlich klar. Er ist ein super linker Verteidiger für die Liga 2. Ein Glücksgriff. Ein richtig guter Transfer von Rufen Schröder. Schalke besitze Kaufoption. Ich gehe stark davon aus, dass man sie ziehen kann. Aber sollte man in der Liga 2 bleiben, dann kann man ihn wahrscheinlich nicht halten. Dann wird er für ein paar Euro mehr weiterverkauft, dass man zumindest auch noch ein bisschen Plus macht. Aber man wird ihn sicherlich nicht halten können. Und deswegen wären dann die potenziellen Außenverteidiger eben Memo Aydin, Andreas Winter für rechts. Wäre sicherlich top für die 2. Bundesliga. Für links Kerem Chalanuglu, der aktuell schon OVIA vertreten konnte und auch das durchaus ganz gut gemacht hat. Und dann würde ich eben auch eher noch ein Linksverteidiger Backup holen. Und Chalanuglu das Vertrauen schenken, sollte man eben Zweitligist bleiben. In Verteidigung. Auch das ein durchaus spannendes Thema bei Schalke, denn kleiner Spoiler. Bei Nichtaufstieg kann da einiges passieren. Wir haben Malik Chau im Winter. Schon ein Abgangskandidat. Da war wohl Milan sehr stark interessiert. Ein Spieler, der Schalke nochmal richtig Geld in die Kassen spielen könnte mit 10 bis 12 Millionen. Und das ist für Schalke unglaublich wichtig, Transfererlöse zu erzielen. Dann haben wir Marius Lode gegen 96. Zum ersten Mal von Beginn an mit dabei gewesen als rechter Verteidiger. Er ist eigentlich im Verteidiger und wird da sicherlich auch zur neuen Saison eine gute Rolle spielen. Natürlich gab es auch an dem Transfer wieder ein paar Kritiker, die sich gewundert haben, welche Rolle jetzt Lode wirklich spielen kann. Einfache Antwort. Er ist trotz seines erfahrenen Alters ein Perspektivtransfer zur neuen Saison, weil man eben zur Winterpause nicht wusste, wie fit Salif Sané ist und ob man eben eigentlich Malik Chau behalten kann oder nicht. Ab Sommer werden die Fragen nochmal neu beantwortet, die Karten werden komplett neu gemischt und dann wird Marius Lode sicherlich auch eine gute Rolle spielen. Bei Salif Sané ist die Geschichte ja relativ einfach. Sein Vertrag läuft aus. Er ist immer noch ein wirklich guter bis sehr guter Zweitligaspieler, aber auch extrem verletzungsanfällig. Plus er schluckt ein hohes Gehalt. Da werden sich die Wege, wenn man vernünftig denkt, im Sommer trennen. Auch wenn er vielleicht noch sportlich weiterhelfen könnte. Kohitakura, ähnliche Geschichte wie Thomas Ovian, wobei nochmal etwas drastischer. Bleibt man Zweitligist, kann man ihn nicht halten. Erstmal ist er eh extrem teuer. Kaufoption liegt wohl bei 4,5 Millionen Euro. Wie gesagt, auch da kann man ihn sicherlich ziehen, wenn man ihn direkt weiterverkauft. Aber bei Aufstieg könnte man ihn kaum ziehen, sollte man ihn behalten wollen, weil es einfach sehr, sehr viel Geld ist. Also Kohitakura bei Nichtaufstieg sicherlich auch weg. Blieben noch Henning Matriciani, ein sehr, sehr guter Backup für die Abwehr, ob rechts, links, zentral. Da kann er alles spielen. Und zuletzt auch er als rechter Verteidiger gespielt. Der wird sicherlich mit eingeplant sein. Und Marcin Kaminski, der in eine wirklich sehr, sehr gute, souveräne Saison für Schalke 04 spielt, bleibt natürlich weiterhin auch ein wichtiger Part. Und damit sieht die potenzielle Innenverteidigung so aus mit Marius Lode, Matriciani und Kaminski. Und sollte es eben Abgänge von Chao, Sané und Itakura geben, braucht man sicherlich ein bis zwei neue Innenverteidiger. Aber auch da könnte Nairukera, auf den gucken wir gleich nochmal drauf, auch durchaus eine Rolle spielen. Aber bei Nichtaufstieg bin ich mir sicher, dass Chao, Sané und Itakura weg sein werden. Sechser, Achter, Zehner. Das zentrale Mittelfeld auf Schalke ist durchaus diskutabel, weil man hat extrem viele Spieler, aber viel zu wenig Qualität auf dem Platz am Ende gesehen. Aktuell sieht es folgendermaßen aus. Auf der Sechser-Position Viktor Palsson und Florian Flick, die das auch beide mal gut, mal weniger gut machen, aber größtenteils wirklich gut machen. Und dann eben die größere Probleme, die Achter-Position, das zentrale Mittelfeld, wo es in Richtung Offensive geht. Danny Latza sollte ein wichtiger Part werden, hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der hat das Pech gepachtet in der aktuellen Saison. Rodrigo Salazar, sicherlich Schalkes bester Mittelfeldspieler, fehlt noch die Konstanz. Ist auch nicht schlimm, er ist ein junger Spieler. Der ist auf jeden Fall noch für die Zukunft ganz klar eingeplant. Er ist ja nur ausgeliehen, aber der Transfer wird auf jeden Fall vollzogen zum Sommer. Marc Schatkowski kam so ein bisschen als Kader-Alternative. Nicht mehr, nicht weniger, hat keine große Rolle gespielt. Ich glaube, er hatte zwei oder drei Kurzeinsätze für Schalke. Also auch da werden sich die Wege auch aufgrund des Ausmaßnahmenvertrages wieder trennen. Blendy Driessi, ein Mann aus der Knappenschmiede, aus der zweiten Mannschaft. Letztes Jahr schon hochgezogen worden. Hat eine ganz gute Rolle, ein bisschen inne gehabt, gependelt zwischen Stamm- und Rotationsspieler. Ich glaube, in die Richtung geht es auch in der neuen Saison. Und dann haben wir eben noch einen Sonderfall mit Dong Jong-Li, wo man auch gar nicht wirklich abschätzen kann, in welche Richtung es geht. Er kam im Winter auf Laibasis aus einer südkoreanischen Heimat. Und er sollte eigentlich auch ein wichtiger Part werden, weil eben Schalke in der Mittelfeldzentrale was gefehlt hat. Er hat sich aber relativ schnell verletzt, fällt einige Wochen aus. Er könnte für die nächsten Spiele, sprich für die letzten nochmal eine Rolle spielen. Und dann wird man sicherlich entscheiden, ob man dich kauft, ob es ihn zieht oder nicht. Die liegt wohl etwas über einer Million Euro. Da ist halt wirklich die Frage, inwiefern ist er das wert? Das kann man aktuell schwer beurteilen. Das können vor allem wir Fans schwer beurteilen. Da bin ich gespannt, in welche Richtung es geht. Dominik Drexler gilt ja als einer der größeren Gewinner unter Mike Büskens. Zwei Spiele, zweimal von Beginn an mit dabei. Das war der Tag Ramotz, ist nicht mehr allzu sehr der Fall. Vor allem auch beim Zwei-Liga-Verbleib wird er sicherlich weiterhin, vor allem auch als Führungsspieler wichtig sein. Und Jaroslav Mikhailov, ähnlich wie bei anderen Leihspielern, er ist geliehen. Diesmal aber ohne Kaufoption. Und deswegen wird sich da auch sicherlich im Sommer dann auch wieder getrennt werden. Und er wird zurückkehren zu Zenit St. Petersburg. Sprich, Abgänge wären Mark Schadkowski, Dong Jong Lee und Jaroslav Mikhailov. Bei Mikhailov, wie auch Schadkowski, bin ich mir relativ sicher. Bei Lee ist es halt eine schwierige Geschichte. Kann man ihn sich leisten für das, was er noch nicht gezeigt hat? Gebt man das Risiko ein? Ja oder nein? Nein, da bin ich sehr gespannt drauf. Wäre für mich jetzt beim Zwei-Liga-Verbleib eher ein Abgang. Weil man eben auch, und daran glaube ich, beim Zwei-Liga-Verbleib erfahrenen Leuten, wie Palson, Latza, Drexler, weiter vertrauen wird. Und man darf immer noch nicht vergessen, junge Spieler wie Flick, Salazar und Idrissi, die können dann noch einmal einen Schritt nach vorne machen. Sprich, sie können noch einmal wichtiger werden als im aktuellen Jahr. Und deswegen glaube ich schon daran, dass das potenzielle Mittelfeld so aussehen könnte. Auch dann natürlich die Frage des Systems. Wenn man vielleicht mehr mit Flügelspielern spielt, braucht man ein weniger im Zentralen-Mittelfeld. Da kann man auch auf sechs Leute vollkommen setzen. Da braucht man nicht neun wie aktuell. Flügelspieler, gerade angerissen. Kurze Thematik auf Schalke. Der Einzige im Kader, rein nominell, ist Darko Chulinov. Natürlich gibt es auch Leute wie Bülter, wie Czalanuklu, wie Reinhold Ramftl, die das auch spielen können. Aber rein nominell haben wir dann nur die Leihgabe aus Stuttgart. Und auch er hat ja sogar eher hängende Spitze gespielt oder sogar rechter Schienenspieler bei Schalke 04. Also, Darko Chulinov vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Ähnlich wie bei Jaroslav Mikhailov gibt es keine Kaufoption. Sicherlich wird Schalke Grundinteresse haben, mit ihm weiter zu arbeiten. Da ist halt die große Frage, was macht der VfB? Und ich glaube schon daran, dass der VfB mit ihm plant. Sollte man vielleicht sogar absteigen? Sollte man in der Bundesliga bleiben? Könnte er vielleicht ein Abgang sein? Generell glaube ich aber eher daran, dass man sich auf Schalke erst einmal von Chulinov trennen wird. Und dann vielleicht halt gucken wird, welche potenziellen Flügelspieler man bekommt. Auch da ist halt wirklich die wichtigste Frage, mit welchem System spielt man? Diese Saison brauchte Schalke keine Flügelspieler bis hierhin. Deswegen gibt es auch kaum welche im Kader. Gibt es einen neuen Trainer, der mit Flügelspielern plant? Muss man sicherlich nachlegen. Und vielleicht ist da noch eine Weiterverpflichtung von Chulinov eine Option für Schalke 04. Stürmer. Aktuell Marius Bülter, Simon Tirodde und Marvin Pieringer. Und ich glaube, damit kann man ganz gut leben. Natürlich gab es schon im letzten Sommer Rufe nach einem zweiten Stürmer, der nicht gekommen ist. Nach dem Hopperabgang gab es nochmal einen ablosefreien Deal, der kurz vor Ende geschadet ist. Im Winter gab es einige Gerüchte, aber keinen Vollzug. Und deswegen natürlich gab es da durchaus Kritik, vor allem auch von Fanseiten, das Risiko einzugehen, ohne wirklich ein Tirodde-Backup in die Rückrunde zu gehen. Aber bis hierhin ist das ja eigentlich ganz gut gelaufen. Ist Tirodde mal ausgefallen? Konnte man es im Kollektiv ganz gut lösen? Ich würde nämlich nicht sagen, der Schalke hat Punkte liegen lassen, weil man einen Tirodde nicht ersetzen konnte. Das lag eher an anderen Baustellen, die man hatte. Und deswegen ging das für dieses Auf jeden Fall vollkommen klar. Abgänge wird es da nicht geben. Marius Bülter ist ohnehin eingeplant. Simon Tiroddes Vertrag wurde erst kürzlich verlängert. Und Marvin Pieringer, ähnlich wie bei Rodrigo Salazar, hat eine feste Kaufoption drin, die sicherlich auch gezogen wird. Auch da kann man sagen, der Transfer wird eigentlich nur verschoben. Von der Ablösesumme Zahlungen her auf den nächsten Sommer, sprich auf dieses Jahr, deswegen mit Pieringer auf jeden Fall auch bleiben. Und ich finde auch vollkommen zu Recht. Aber, und auch da schadet es natürlich nicht, weil wir gehen ja davon aus, dass Schalke den Aufstieg verpasst, nochmal nachzulegen. Und eben nochmal mehr Power vorne rein zu bekommen mit einem weiteren Stürmer. Und dann sehe meine Sturmreihe für Schalke mit Bülter, Tirodde, Pieringer und Mr. X also folgendermaßen aus. Verliehene Spieler hatte ich gerade auch schon mal ganz kurz angerissen. Und das vielleicht da vor allen Dingen auch eine neue Chance bekommen könnte. Gucken wir aber erstmal auf die zwei, wo die Leitklubs zuschlagen könnten. Einmal Can Bostouan und Rabi Matondo. Bostouan wurde noch Besiktas ausgeliehen, spielt da eine ganz gute Rolle. Kaufoption beträgt wohl zwischen einer und zwei Millionen Euro. Sprich, da kann sich Schalke über ein bisschen Geld freuen, was auch höchstwahrscheinlich fließen wird. Und bei Rabi Matondo hat ja Serkle Brücke eine Kaufoption in Belgien überzeugt. Er ist ein Flügelspieler, der durchaus vielleicht noch spannend ist, wie die Zukunft einem keine Zukunft auf Schalke hat. Auch da noch einmal an die, die vielleicht glauben, man kann ja solche nochmal einplanen. Nein, das ist das alte Schalke. Solche Spieler wirst du im neuen Schalke nicht mehr sehen, weil sie einfach auch viel zu viel Gehalt schlucken. Und man will eben auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr zwingend auf Leute setzen, die halt schon mal nicht überzeugen konnten. Deswegen, auch keine Zukunft auf Schalke, ganz klar. Ozan Kabak, Amina Ried, Hamza Mendil und Levent Mercan. Es gibt aber auch zwei Unterschiede zwischen den vier Leuten. Zum einen, Mendil und Mercan spielen in der Türkei eine ganz gute Rolle. Mercan bei Kara Gümrück, er als Joker. Mendil bei Gaziantep sogar gesetzt gewesen, hat sich jetzt verletzt. Deshalb die große Frage, denn es gibt wohl keine Kaufoption, was die Leihklubs wollen. Also es könnte schon sein, dass die Leihklubs zuschlagen oder halt die beiden im Sommer wieder auf der Matte stehen und dann weiterverkauft oder weiterverliehen werden. Bei Kabak und da Ried ist die Geschichte eigentlich ganz klar. Auch da denken einige Schalke-Fans, vielleicht kann man sie ja nochmal mit reinnehmen. Nein, das wird nicht passieren. Die sind viel zu, viel zu, viel zu teuer für Schalke 04. Stammen aus der Vergangenheit, die keiner auf Schalke mehr möchte. Und deswegen sollen die natürlich weiterverkauft werden. Bei beiden ist es aber unrealistisch, dass sie bei ihren Leihklubs bleiben. Amina Ried zu Marseille verliehen, die haben erstmal kaum Kohle. Zweitens keine Kaufoption. Drittens spielt da Ried keine überragend große Rolle. Bau San Kabak nach Norwich City verliehen. Er spielt mal mehr, mal weniger. Aktuell zu wenig, dass die Kaufoption ein Thema wird. Plus Norwich könnte absteigen. Also beide werden wohl im Sommer wieder auf der Matte stehen und die muss Schalke zwingend abgeben. Eine neue Chance erhalten könnten hingegen Dries Wautas und vor allen Dingen auch Timo Becker. Wautas habe ich hier mit reingenommen, weil halt die Frage ist, wie man mit ihm plant. Aktuell zu Mechelen verliehen. Auch da wieder Verletzungspech. Deswegen glaube ich schon, dass er am 1. Juli wieder Schalker ist. Aber auch durchaus abgegeben werden könnte. Je nachdem, wie der neue Trainer mit ihm plant. Mit neuer Chance. Ich glaube bei ihm zumindest daran, dass er in der Vorbreitung eine neue Chance bekommen kann. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn es ein anderes Angebot gibt, könnte man ihn sicherlich auch wiederum abgeben. Bei Timo Becker hingegen glaube ich wirklich eine reelle Chance. Bei Hansa Rostock, zur Rückrunde hinverliehen worden, spielt er Stammspieler. Er spielt eine gute Rolle als rechter Verteidiger einer Viererkette und kann eben auch Innenverteidiger spielen. Sprich, je nachdem, wer in der Verteidigung geht, werden er von den Namen Rampfl rechts hinten, Sané, Itakura und Schau zentral. Kann er wirklich nochmal ganz wichtig werden, weil er eben nichts kostet, logischerweise. Und auch nicht generell sicherlich so viel verdient bei Schalke 04. Also durchaus interessant. Timo Becker vielleicht nochmal eine Chance zu geben. Auch da hängt sicherlich auch viel vom neuen Trainer ab. Denn die Transferplanung drückt ja auch einiges aus. Und vor allen Dingen auch defensiv. Muss dann im Sommer nachgelegt werden. Im Tor braucht es eine neue Nummer 3. Sollte man Martin Freise flängern und Michael Langer seine Karriere beenden. Aber ich glaube, da muss man sich gar nicht mal so große Sorgen machen. Sollte man zweitiges bleiben. In der Verteidigung schon eher. Weil man eben da ordentlich umbauen könnte. Wenn man eben Leute wie Itakura, Schauser, Sané abgibt. Was ja durchaus realistisch ist. Bräuchte man mindestens zwei neue Innenverteidiger. Vielleicht einen neuen Stammspieler plus einen Timo Becker. Wenn man den da einplanen möchte. Und eben einen Nachfolger für Thomas Ovian. Da glaube ich, in Liga 2. Ich habe es jetzt schon zehnmal gesagt, damit wir uns nicht falsch verstehen. Durchaus auch eine Kehre im Channel Nuglu. Da bräuchte es natürlich noch wen für die Breite. Und im Mittelfeld ist die Zentrale. In der Breite schon sehr, sehr gut aufgestellt. Da gilt es halt dann, die Spieler zu verbessern. Wenn man das schafft, da braucht man dann keine Neuzugänge. Wenn man das nicht schafft, dann braucht es dann nochmal eins, neue Spieler. Und auf den Flügeln theoretisch ja. Frage nach dem System und dem Angriff. Schadet sicherlich nicht. Schon einmal wen zu holen, der eben mittelfristig auch Simon Tirotte beerben kann. So, gucken wir mal auf eine mögliche Startelf für Schalke zur neuen Saison. Aktuell sehen wir die erste Elf links. Wie man jetzt vielleicht und am Ende Büskens aufstellen würde, wenn alle fit wären. Deswegen nicht wundern. Andreas Windheim würde ihm dann mal rechts reinrutschen. Wenn er wieder fit wäre, kann ich mir ganz gut vorstellen. Der Rest ist ja ungefähr so, wie Büskens aktuell spielen lassen würde im 4-4-2-System. Sollte es bei dem System bleiben, dann könnte es eben rechtspotenziell folgendermaßen aussehen. Freisel blieb die Nummer 1. Rechts hinten Aydin, Windheim, wir hatten ein Battle auf relativ ähnlicher Höhe, weil eben auch Aydin sich noch weiterentwickeln kann. Habe ich jetzt nochmal Aydin hingestellt, könnte aber auch genauso gut Windheim stehen. Und links hinten bin ich wirklich überzeugt davon, dass man Chadanuklu die Chance geben sollte, wenn man in Liga 2 bleibt und Oven abgibt. Der kann das. Der hat Potenzial und da muss man dann nicht zwingend nochmal ordentlich Geld investieren für einen neuen Stamm-Links-Erteidiger. In Verteidigung ist halt dann die Frage, wen man da holen kann als Nachfolger für Chao Itakura und Sané. Ich glaube, da braucht man schon noch einen neuen Stammspieler. Und daneben halt dann bei einer Viererkette Kaminski oder Marius Lode. Doppel 6, sehe ich Florian Flick, aktuell auf jeden Fall gesetzt. Daneben entweder Viktor Palson oder eben auch Deni Latza. Und da habe ich ja gerade schon angerissen. Auch solche können eine neue Chance bekommen. Nochmal neu angreifen, wenn man es eben schafft, die auf den Platz zu bringen. Was halt die Qualität angeht. Rodrigo Salazar ist ohnehin gesetzt. Er wird ja auch bleiben bei Nicht-Aufstieg. Und auf der rechten Seite entweder ein Erfahrener wie Dommel Drexler oder eben auch ein klassischer Flügelspieler, der nochmal besser ist im 1 gegen 1. Doppelspitze blieb bei Bülthorn Tirot. Und ich finde, für eine Zwei-Liga-Mannschaft sieht er schon ganz gut aus. Klar ist aber auch, wenn man den Aufstieg verpasst, wie das Budget, sowie auch der Kader von der Qualität her sicherlich geringer. Das darf man nicht vergessen. Deswegen ist es unglaublich wichtig, in diesem Jahr direkt hoch zu gehen. Auch wenn vielleicht einige Personalien für die Bundesliga nicht gut genug sind. Aber auch dann gilt es eben, den Kader zu planen. Aber es wird einfach schwierig, sollte man nicht aufsteigen, weil man einfach dann nochmal etwas weniger Geld hat. Auch das sollte eigentlich jedem klar sein. Also, Kaderplanung auf Schalke. Damit abgeschlossen. Für den Fall, dass man nicht aufsteigen wird. Nächste Woche gibt es nochmal eine Schalke-Folge. Für den Fall, dass man aufsteigt. Und dann gibt es einige Personalien, die ganz anders aussehen könnten. Also, wird ein ganz anderes Video. Auch da könnt ihr gerne wieder mit dabei sein. Würde ich mich freuen. Schreibt eure Meinung zu Schalkes Transferplanung. Zu dem, was passiert, wenn man nicht aufsteigt. Mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao. Und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.